Guten Morgen, ich bin Noemi Goldenthal und ich bin Personal Trainerin. Ich gehe in verschiedene Firmen und mache mit den Mitarbeitern Sport, zum Beispiel Rückengymnastik oder Pilates oder Entspannungsübungen oder auch für Einzelpersonen, wieder Einzelkunden oder in Gruppen. Weil ich sehr viel Erfahrung habe, ich mache das seit 14 Jahren, bin ursprünglich Diplombetriebswirtin und kenne die Arbeit am Schreibtisch und weiß, wie es ist, wenn man sehr viel Stress hat und viel arbeiten muss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017